Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltungen der Universität Paderborn. In diesem Video möchte ich mit JavaScript weitermachen und das Programm zum Potenzieren, das wir neulich für die Registermaschine geschrieben haben, nun in JavaScript umsetzen. Dazu gucken wir uns zunächst noch einmal das Ablaufdiagramm an, wie es aussah, bevor wir von dort in Richtung Registermaschine gegangen sind, also wie wir es noch relativ abstrakt ohne konkrete Programmiersprache formuliert hatten. Von hier aus wollen wir nun einen anderen Weg gehen, der uns nicht in Richtung Registermaschine, sondern in Richtung JavaScript führt. Tatsächlich ist das sogar ein Stückchen einfacher. Wir beginnen natürlich wieder am Start und der erste Block besagt Eingabe von Basis. Das schreibe ich nun ganz ähnlich wie in der Kurzschreibweise des letzten Videos, aber auf Englisch als Read Basis. Das soll bedeuten, wir lesen irgendwie einen Wert vom Benutzer ein. Das wird tatsächlich gar nicht so ganz einfach sein, wie ich das hier gerade darstelle und wir werden darüber gleich noch einmal einen kleinen Moment nachdenken müssen. Fürs Erste nehmen wir das einmal so hin. Der eingelesene Wert wird nun natürlich nicht in einem Register gespeichert, wie wir das bei der Registermaschine getan haben, sondern in einer Variable. Und diese Variable können wir benennen, wie wir wollen. Also geben wir doch am besten einen vernünftigen Namen, der ungefähr beschreibt, was in ihr gespeichert ist, nämlich zum Beispiel Basis. Üblicherweise schreibt man Variablen klein. Das kann man auch anders machen, aber es ist eine weitverbreitete Konvention, die ich hier deshalb genauso angewandt habe. Dann wollen wir den Benutzer den zweiten Wert eingeben lassen, was wieder über einen Lesebefehl erfolgen soll. Dieses Mal wollen wir natürlich den Wert des Exponenten eingeben lassen und speichern. Das ist also der nächste Schritt, den wir hier durchführen. Jetzt wollen wir noch eine Variable Ergebnis haben, der wir einen initialen Wert zuweisen, nämlich den Wert 1. Dafür haben wir hier diese Anweisung Setze Ergebnis auf 1. Wie machen wir das in JavaScript? Dafür gibt es die besondere Anweisung Let. Mit ihr sagen wir zunächst einmal, es sei. Also, dass wir eine neue Variable brauchen. Variablen müssen immer deklariert werden, so nennt man das. Dazu ruft man gewissermaßen in die Welt hinaus. Ich hätte gerne eine Variable. Und das sagt man mit dem Wörtchen Let. Dahinter gibt man der neuen Variablen einen Namen, in diesem Fall Ergebnis, unter dem wir diese Variable zukünftig ansprechen können. Würden wir die Variable nur deklarieren wollen, würden wir hinter den Variablennamen einfach ein Semikolon machen. Wir wollen aber eine Vorbelegung dieser Variablen vornehmen, eine Initialisierung. Dazu geben wir den neuen Variablen sofort einen initialen Wert, hier den Wert 1, wie wir uns das ja bereits für das Ablaufprogramm schon überlegt hatten. Nun müssen wir als nächstes überprüfen, ob der Exponent den Wert 0 hat. Wenn das der Fall ist, wollen wir einfach 1 ausgeben, weil ja irgendwas hoch 0 immer gleich 1 ist. Dafür benötigen wir hier diese Abfrage. Wie eine solche aussieht, haben wir im letzten Video schon gesehen. Wir sagen einfach, if Exponent gleich 0. Und fast so können wir das dorthin schreiben. Ganz genau so kann es leider nicht aussehen. Da fehlt noch ein bisschen was an Syntax. Da fehlen noch diese Klammern und noch ein paar weitere Dinge. Aber das kriegen wir später. Hier ist das alles noch ein kleines bisschen vereinfacht. Genauso vereinfacht ist im Moment noch das Schreiben. Genau wie das Lesen mit Read, vereinfache ich hier das Schreiben mit Write. Auch darüber müssen wir gleich noch einen kleinen Moment nachdenken. Auch das wird nicht ganz so trivial sein, wie wir das hier gerade machen. Es wird einfach bleiben, aber ein bisschen komisch aussehen, weil wir dieses Programm nämlich in HTML einbetten werden. Es wird also Bestandteil einer HTML-Seite werden. Und da müssen wir dann auf dieser HTML-Seite etwas schreiben, aber dazu kommen wir später noch. Wenn hingegen die Antwort auf die Frage, ob der Exponent gleich 0 ist, Nein gewesen ist, müssen wir unsere Schleife betreten. Wir sollen also jetzt Ergebnis auf Basis mal Ergebnis setzen. Wie das geht, hatten wir auch im letzten Video schon gesehen. Da können wir einfach sagen, Ergebnis gleich Basis Stern mal Ergebnis. Das ist genau die kurze Schreibweise für das, was da eben noch stand. Basis mal Ergebnis soll also gerechnet werden. Also der derzeitige Wert von Basis, der wird sich bei uns im Programm auch nicht verändern, wird multipliziert mit dem derzeitigen Wert von Ergebnis. Der wird sich in jeder Runde ändern. Und das Resultat dieser Multiplikation wird wieder in Ergebnis gespeichert. Das ist genau der Grund, warum sich der Wert von Ergebnis in jeder Runde ändert. Wir multiplizieren ihn ja jedes Mal mit Basis, denn sonst kämen wir ja nie zu dem Resultat, wenn wir beispielsweise 5 hoch 4 rechnen wollen, denn dann sollen ja nacheinander die Werte 5, 25, 125 und 625 in Ergebnis stehen. Gleichzeitig haben wir gesagt, dass wir im nächsten Schritt den Exponenten um 1 reduzieren. Auch das machen wir mit einer solchen Kurzanweisung, wie wir das eben gesehen haben. Wir können einfach sagen, Exponent gleich Exponent minus 1. Das vermindert also den Exponenten um 1. Jetzt müssen wir in jeder Runde überprüfen, ob der Exponent noch größer als 0 ist. Und weil wir jetzt eine Schleife haben, sage ich an dieser Stelle nicht IF Exponent größer 0, sondern WHILE Exponent größer als 0. WHILE so lange. Damit bauen wir hier jetzt eine Schleife. Wie das genau funktioniert, werden wir gleich noch sehen. Das ist auch hier noch kein richtiges JavaScript, genau wie das Ablaufdiagramm ja noch kein richtiges Registermaschinenprogramm war, nachdem wir es so halb übersetzt hatten. Denn auch dieses müssen wir natürlich noch linearisieren, also irgendwie als Text aufschreiben. Das müssen wir gleich noch hinbekommen. Wenn wir dann aber damit durch sind, wenn der Exponent irgendwann nicht mehr größer als 0 ist, wollen wir das Ergebnis ausgeben. Wie wir etwas ausgeben, wissen wir schon, nämlich mit write. Und was geben wir aus? Das Ergebnis, also den Inhalt der variablen Ergebnis, in der nun für das Beispiel 5 hoch 4 entsprechend der Wert 625 steht. Jetzt müssen wir da hinten das noch ein kleines bisschen umbiegen, weil wir nämlich hier im JavaScript-Programm nicht mehrere Enden eines Programms haben. Wir werden gleich die Anweisungen alle hintereinander stehen haben und biegen das Ende dieses Seitenasts im Grunde genommen so um, dass nach dem write 1 das Programm einfach endet. Es gibt keinen Haltbefehl in JavaScript, sondern das Programm endet einfach, wenn keine weitere Anweisung mehr folgt. Das beendet dann gewissermaßen vollautomatisch das Programm. Jetzt müssen wir das wieder hintereinander schreiben. Ich nehme noch einmal diese Formulierungen, wie wir sie gerade im Ablaufdiagramm gesehen haben, nur jetzt untereinander geschrieben. Jetzt formuliere ich dies im nächsten Schritt mit den Befehlen, die wir gerade gesehen haben, um in etwas, das ich als fast schon JavaScript bezeichnen möchte. Hier sehen wir nun genau die Befehle, die ich eben in das Diagramm eingetragen habe. readBasis, readExponent, letErgebnis gleich 1, ifExponent gleich 0, write1 und so weiter. Das ist noch kein richtiges JavaScript. Als nächstes müssen wir jetzt das von der rechten Seite noch einmal links notieren und nun Schritt für Schritt in JavaScript übersetzen. Wie machen wir das? readBasis lautet die erste Zeile. Was machen wir mit der? Bei der Registermaschine haben wir von einem Eingabeband gelesen. Das machen wir jetzt nicht mehr, denn der Benutzer, der die Webseite betrachtet, in die unser JavaScript-Programm eingebettet ist, sitzt vor einem Computer. Er wird vor einer Tastatur sitzen und dort möchte er nun den Wert für die Basis eingeben. Dass er genau das nun tun kann, müssen wir ihm irgendwie mitteilen. Wir fragen ihn also, was möchtest du denn gerne als Wert für die Basis eingeben? Und das machen wir mit dem Befehl, den wir hier rechts von dem Gleichheitszeichen sehen. Prompt, Klammer auf, Basis, Doppelpunkt und dahinter zwei einfache Anführungszeichen, in denen nichts steht, nicht einmal ein Leerzeichen. Das sieht ein bisschen komisch aus. Aber was macht das? Wir werden das gleich noch richtig durchspielen, aber hier schon einmal die Beschreibung dessen, was da passieren wird. Da wird dann gleich ein kleines Fensterchen aufgehen, ein Pop-up, in dem steht Basis, Doppelpunkt. Damit teilen wir dem Benutzer mit, was er dort eingeben sollte, nämlich die Basis für die Potenzierung. Wenn wir da nichts hinschreiben würden, wüsste der Benutzer gar nicht, was wir von ihm erwarten. Er wüsste gar nicht, ob er dort nun den Exponenten oder sonst etwas eingeben soll, vielleicht seinen Namen. Wir sollten da also einen Hinweis geben, was hier eingegeben werden kann. Wir könnten auch ausführliche Informationen hinschreiben. Lieber Benutzer, gib bitte einen Wert für die Basis ein. Wir lassen hier der Einfachheit halber die ganze Höflichkeit weg und machen das kurz und knapp. So steht dann also in diesem kleinen Dialog, der da aufpoppt, einfach Basis. Wir werden uns das später, wie gesagt, noch angucken. Hier möchte ich das erst einmal nur abstrakt beschreiben. Dahinter stehen diese zwei einfachen Anführungszeichen. Das sind zwei einfache Anführungszeichen, nicht ein doppeltes Anführungszeichen. Und das sind vor allem die geraden Anführungszeichen. Das ist wieder ganz wichtig, wie schon in HTML, wo wir immer die doppelten Anführungszeichen, aber auch in der geraden Variante verwendet haben. Wir dürfen niemals typografische Anführungszeichen verwenden. Zwischen diesen beiden einfachen Anführungszeichen oder Hochkommata steht nichts. Auf diese Weise legen wir fest, dass in dem Eingabefeld, das dem Benutzer in diesem Pop-Up angezeigt wird, erst einmal nichts steht. Wir könnten hier auch eine Vorbelegung des Eingabefelds vornehmen, aber das sehen wir uns später an. Dieser Befehl prompt sorgt also dafür, dass dieses kleine Fensterchen aufpoppt. Dann kann der Benutzer eine Eingabe vornehmen. In gewissem Sinn entspricht das also dem Eingabeband der Registermaschine beziehungsweise einer Zelle auf diesem Eingabeband. Und ähnlich wie dort müssen wir uns auch hier wieder die Eingabe des Benutzers merken, sonst ist sie unwiederbringlich verloren. Der Benutzer gibt dann also eine Zahl ein und drückt auf die Eingabetaste oder Return-Taste. Jetzt müssen wir schauen, was mit dieser Eingabe passiert. Und da sehen wir, dass dieser Wert einfach in der Variablen gespeichert wird, die links von dem Gleichheitszeichen steht. Das Gleichheitszeichen sagt, der Wert, den du da rechts auf der Seite bekommst, speicherst du bitte in der Variablen, die links steht. In diesem Fall also der Variablen Basis. Und weil wir gerade mit unserem Programm erst anfangen, gibt es die Variable Basis noch gar nicht. Und deshalb müssen wir davor noch das Wörtchen let schreiben, das sagt, hier ist eine neue Variable. Wir deklarieren diese Variable, so nennt man das. Anders als bei den Registern der Registermaschine, die alle immer schon existiert haben, ist das bei den Variablen anders. Die Welt ist öd und leer und es gibt nichts, keine Variablen oder sonst was. Diese Welt müssen wir jetzt erst einmal bevölkern, müssen also sagen, es werde Licht, beziehungsweise in unserem Fall, es werde Basis, let Basis. Damit existiert Basis, eine Variable, in der etwas gespeichert werden kann. Das müssen wir mit jeder Variable machen. Jede Variable muss einmal und genau einmal deklariert werden. Wir dürfen sie nicht öfter deklarieren, auch das ist ein Fehler. Also, wir müssen jede Variable deklarieren, aber wir dürfen das für jede Variable nur einmal tun. Wir erklären mit dieser ersten Zeile also, dass eine Variable Basis existieren soll und woher sie ihren initialen Wert bekommen soll. Initialisierungen hatten wir auch bei der Registermaschine schon gesehen und dass diese auf zwei Weisen erfolgen können. Vom Eingabeband oder durch Speicherung eines festen Werts. Hier initialisieren wir die Variable also aus der Eingabe heraus mit dem vom Benutzer eingegebenen Wert. Drückt der Benutzer also eine 5 auf seiner Tastatur und dann die Return-Taste steht nun in der Variable der Basis der Wert 5. Das klang jetzt ein bisschen komplizierter, als es tatsächlich ist. Und wenn wir das Prinzip einmal verstanden haben, wenden wir es doch gleich noch einmal an, indem wir den Exponenten einlesen. Das funktioniert auf genau die gleiche Weise. Wir wollen den Benutzer wieder bitten, etwas einzugeben. Wir geben wieder einen Hinweis, was er denn bitte eingeben möchte. Nicht seinen Namen, sondern einen Wert für den Exponenten. Wieder belegen wir das Eingabefeld mit nichts vor. Dann kann er wieder eine Zahl eingeben, zum Beispiel die 4. Dann drückt er die Eingabetaste und der Wert wird dann, wie wir gerade gelernt haben, in der hier soeben frisch deklarierten Variablen Exponent gespeichert. Jetzt brauchen wir als nächstes diese Variable Ergebnis, die mit dem Wert 1 belegt werden soll. Ich hatte schon gesagt, dass das da links fast schon JavaScript ist, aber noch nicht ganz. Und hier sehen wir, dass nur eines fehlt, das Semikolon am Ende dieser Zeile. Damit haben wir auch diese Anweisung schon erledigt. Beachtet immer, dass am Ende jeder Zeile ein Semikolon steht. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo das nicht der Fall ist und eine davon werden wir gleich sehen. Nun müssen wir abfragen, ob der Exponent, also der soeben vom Benutzer eingegebene Wert, gleich 0 ist. Wie wir das machen, haben wir eben schon im letzten Video gesehen. Wir müssen nämlich diese runden Klammern um die Bedingung einfügen. Das Wörtchen if bleibt stehen, danach kommt die Bedingung Exponent gleich gleich 0. Wichtig hier, wie im letzten Video angesprochen, das doppelte Gleichheitszeichen, weil ja die Variable Exponent hier keinen neuen Wert erhalten soll. Es wäre ja blöde, wenn wir Exponent hier auf 0 setzen würden, denn dann würde der Benutzer ja immer irgendetwas hoch 0 rechnen, obwohl er das gar nicht möchte. Die Variable Exponent muss natürlich ihren Wert behalten. Die Zeile oben, Let Ergebnis gleich 1, besagt ja, dass die Variable Ergebnis den Wert 1 zugewiesen bekommt. Exponent soll aber hier nicht den Wert 0 zugewiesen bekommen, sondern Exponent soll daraufhin überprüft werden, ob es gleich 0 ist. Und das, wie gesagt, macht man mit dem doppelten Gleichheitszeichen. Hinter der Bedingung folgt dann eine öffnende, geschweifte Klammer. Damit beginnen wir einen Block von Anweisungen, die ausgeführt werden, wenn die Bedingung erfüllt ist. Da haben wir links geschrieben Write 1. Wir wollen also einfach das Ergebnis 1 ausgeben. Ich hatte schon angedeutet, dass das ganz so einfach nicht geht. Wir müssen immer sagen Document Write, Klammer auf, dann das, was wir ausgeben wollen, in unserem Fall also die Zahl 1 und dann die Klammer zu und am Ende natürlich wie immer das Semikolon. Document Write bedeutet, dass in das HTML-Dokument, in dem wir dieses JavaScript-Programm ausführen werden, denn wir werden dieses Programm in ein HTML-Dokument einbetten, die Ausgabe geschrieben werden soll. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten zur Ausgabe, die wir uns später noch anschauen werden. Meist benötigen wir aber diese Anweisung Document Write. Dahinter muss dann in den Klammern stehen, was wir in das Dokument schreiben wollen und weil das in ein HTML-Dokument geschrieben wird, ist das so noch nicht korrekt. Ihr könnt ja mal überlegen, wo hier der Fehler liegt. Ich werde da gleich noch drauf zurückkommen. Dann kommt die schließende, geschweifte Klammer, die den Block von Anweisungen beendet, der ausgeführt werden soll, wenn die Bedingung hinter dem if erfüllt gewesen ist. Hier besteht der Block nur aus einer einzelnen Anweisung, aber meist werden wir hier mehrere Anweisungen stehen haben. Nun schließt sich der Sonstfall an. Was soll passieren, wenn die Bedingung nicht erfüllt war? Das wird jetzt tatsächlich ein kleines bisschen mehr sein. Auch das schreiben wir wieder in einen Block, der von geschweiften Klammern umgeben ist. Dann sollen mehrere Anweisungen ausgeführt werden. Ich hatte links ganz heimlich, still und leise ein do eingefügt, ohne es zu erläutern. Damit kennzeichnen wir den Anfang der Schleife. Wir hatten ja vorhin im Ablaufdiagramm gesehen, dass wir irgendwo hin gewissermaßen zurückspringen müssen. So richtig springen tun wir hier nicht, sondern wir haben hier ein Schleifenkonstrukt, ein Ablaufkonstrukt, dessen Anfang wir irgendwie kennzeichnen müssen. Das machen wir mit diesem do, das einen weiteren Block einleitet, mit den Anweisungen, die sich innerhalb der Schleife befinden. Das sind genau diese beiden Ergebnis gleich Ergebnis mal. Basis und Exponent gleich Exponent minus 1. Die können wir fast wörtlich abschreiben und müssen lediglich jeweils das Semikolon am Ende der Zeile ergänzen. Nun müssen wir noch sagen, wie lang diese Schleife ausgeführt werden soll. Dafür benötigen wir das Gegenstück zu dem do und das heißt while. Damit legen wir nun fest, dass alle Anweisungen innerhalb dieses Blocks zwischen do und while so lange ausgeführt werden, wie der Exponent größer als 0 ist. Auch da gehört die Bedingung wieder in runde Klammern und ein Semikolon an das Ende der Zeile. Damit sind wir mit der Berechnung fertig. Zu guter Letzt müssen wir noch das Ergebnis ausgeben. Wie das geht, wissen wir im Prinzip schon. Document write ist der Befehl, den wir hier brauchen. Den können wir also jetzt hier wieder hinschreiben und können mit document write Klammer auf Ergebnis Klammer zu Semikolon nun unser Ergebnis ausgeben. Was nun noch fehlt, ist die schließende geschweifte Klammer, die zu dem else gehört. An der Einrückung sehen wir immer sehr schnell, dass da noch etwas fehlt. Hinter dem else ging eine geschweifte Klammer auf, dann ging hinter dem do eine auf, die wir vor dem while geschlossen haben, aber die von dem else haben wir noch nicht geschlossen. Das müssen wir jetzt noch machen. Ich hatte vorhin gesagt, dass es einzelne Stellen gibt, an denen kein Semikolon am Zeilenende steht. Und zwar seht ihr das hier immer dort, wo hinten eine geschweifte Klammer steht. Ihr seht auch, dass ich die öffnende geschweifte Klammer immer an das Ende der Zeile mache, die den Block einleitet. Ganz ähnlich, wie ich das bei CSS gemacht habe. Hinter dem if unter der zugehörigen Bedingung kommt in derselben Zeile die öffnende Klammer. Die entsprechende schließende Klammer steht immer alleine in einer Zeile und ist so weit eingerückt wie das if beziehungsweise generell die Anweisung, zu der sie gehört. Alle Anweisungen innerhalb des Blocks sind etwas weiter eingerückt, sodass man durch diese Eindruckungen die Struktur recht gut erkennen kann. Wo beginnt eine Schleife, wo endet eine Schleife und so weiter. Kein Semikolon darf stehen zwischen der Bedingung, sowohl bei if wie bei while und der öffnenden geschweiften Klammer. Ebenso sollte kein Semikolon hinter der öffnenden geschweiften Klammer stehen und auch hinter der schließenden geschweiften Klammer. Vor dem else und vor dem while darf kein Semikolon stehen. Dieses Programm ist tatsächlich noch nicht ganz vollständig, aber das wollen wir jetzt einmal ausprobieren. Dazu gucken wir uns zunächst an, was das Programm macht und schauen dann, was wir noch machen müssen, damit wir ein richtig korrektes JavaScript-Programm haben, das in einer HTML-Seite eingebettet läuft. Ich habe mir in meinen Ordner wieder die übliche Vorlagedatei hineingelegt, wie wir sie schon kennen. Die benennen wir jetzt einmal um in potenzieren, denn das ist das, was wir jetzt in dieser Datei machen wollen. Wir laden die HTML-Datei wie üblich in unseren Editor, um sie zu bearbeiten. Ich gebe ihr den Titel potenzieren und möchte auch eine entsprechende Überschrift oben auf der Seite stehen haben. Damit haben wir sozusagen unsere Datei fertig. Naja, natürlich noch nicht ganz. Jetzt müssen wir natürlich anfangen, da auch tatsächlich etwas hineinzuschreiben. Zunächst entfernen wir diese Tags hier, die wir nicht brauchen. Stattdessen wollen wir hier nun ein Programm hineinschreiben. Dazu lernen wir als allererstes wieder ein kleines bisschen HTML. Wir lernen nämlich ein neues Element kennen, das Script-Element. Dafür brauchen wir wie immer ein öffnendes Script-Tag und ein schließendes Script-Tag dazu. Und zwischen diese beiden schreiben wir dann unser JavaScript-Programm. Wir nehmen jetzt einfach unser JavaScript-Programm, das wir eben schon auf der Folie geschrieben haben und kopieren das kurzerhand hier hinein. Ich habe das wieder einmal vorbereitet, damit ihr mich nicht beim Tippen zugucken müsst. Wir sehen hier also nun, wie ein in JavaScript geschriebenes Programm in eine HTML-Datei eingebettet werden kann. Wir schreiben unser JavaScript-Programm in ein Script-Element hinein. Innerhalb dieses Elements steht dann kein HTML, so ähnlich wie zwischen Style-Tags ja auch kein HTML, sondern CSS-Stand. Die JavaScript-Anweisungen, die hier nun zwischen den Tags stehen, werden dann vom Browser genau an dieser Stelle ausgeführt. Eine kurze Anmerkung noch zur Struktur. Wir haben im Head nichts geändert. Natürlich haben wir einen Titel angegeben, aber dort sonst nichts weiter gemacht. In den Body aber fügen wir unser Programm ein. Das werden wir meistens so machen. Aber manchmal werden wir auch oben im Head JavaScript-Programmcode haben. Das aber kriegen wir später noch. Im Moment schreiben wir unseren Programmcode erst einmal nur in den Body hinein. Dann können wir dieses Programm jetzt einmal ausprobieren. Ich habe die Datei gerade schon gespeichert. Dann kann ich sie nun im Browser laden. Und jetzt sehen wir, was passiert. Hier ist nun dieser kleine Dialog aufgepoppt, in dem das Wort Basis steht. Eben genau das, was wir hier geschrieben haben. Dort können wir nun zum Beispiel die Zahl 5 eingeben. Und einmal auf OK klicken. Es erscheint ein weiterer Dialog, in dem das Wort Exponent steht. Also genau das, was wir hier geschrieben haben. Das ist also unsere zweite Prompt-Anweisung. Hier können wir jetzt beispielsweise eine 4 eingeben. Und wenn wir dann auf OK klicken, werden die weiteren Anweisungen unseres Programms ausgeführt. Die Variable Ergebnis wird deklariert. Dann findet die Überprüfung statt. Da wir 4 als Wert für den Exponenten angegeben haben und dieser Wert nun in der Variablen Exponent steht, wird nicht dieser Ast ausgeführt, sondern wir gehen in den Else-Zweig. Was dort passiert, hatten wir uns ja schon überlegt. Es wird die 5 viermal hintereinander mit sich selber multipliziert und der Exponent Schritt für Schritt heruntergezählt, sodass in der Variablen Ergebnis schließlich 625 und in der Variablen Exponent der Wert 0 steht. Dann verlassen wir die Schleife hier und das Ergebnis wird ausgegeben. Das heißt, 625 sollte gleich in diesem Dokument erscheinen. Ich klicke also jetzt hier auf OK und tatsächlich es klappt. Es erscheint oben die Überschrift erster Kategorie und darunter die Ausgabe unseres kleinen Programms. So weit, so gut, möchte man denken. Tatsächlich aber ist das noch nicht korrekt, was wir gemacht haben. Um zu sehen, was hier noch schiefläuft, obwohl alles OK aussieht, untersuchen wir das Dokument genauer. Im Menü Anzeigen finden wir unter Entwickler die Möglichkeit, Elemente zu untersuchen. Jetzt sehen wir hier unten unsere Webseite, wie sie tatsächlich generiert worden ist. Hier sehen wir den Body, darin die Überschrift erster Kategorie potenzieren und dann das Skript. Das können wir aufklappen und dann sehen wir den ganzen Code, den wir geschrieben haben. Das interessiert uns im Augenblick aber gar nicht. Darunter sehen wir dann in den Anführungszeichen etwas, was wir gar nicht explizit geschrieben haben. Das ist die Ausgabe, die wir mit DocumentWrite vorgenommen haben. Und da haben wir jetzt ein kleines Problem. Denn hier steht jetzt einfach eine 625 so nackt im Body herum. Wir haben also gar kein gültiges HTML produziert. Wir müssen aber immer dafür sorgen, dass wenn wir etwas in den Body oder generell in ein HTML-Dokument hineinschreiben, wir dort gültiges HTML produzieren. Das bedeutet, dass wir nicht einfach eine 625 oder irgendeinen anderen Zahlenwert hineinschreiben können oder auch irgendeinen Text. Wir müssen vielmehr dafür sorgen, dass um unsere Ausgabe geeigneter gültiger HTML-Code steht. Eine Möglichkeit, das zu erreichen, besteht darin, dass wir etwas machen, von dem ich eben noch behauptet habe, dass wir das nicht tun. Wir schreiben nun eben doch HTML-Code hier hinein. Allerdings können wir den nicht einfach so in das Skript-Element schreiben. Aber wir können mit der JavaScript-Anweisung DocumentWrite nicht nur Zahlen, sondern auch Text und tatsächlich auch HTML-Code ausgeben. Und genau das machen wir nun. Wir schreiben dort mit Document.Write einfach ein HTML-Tag hinein, nämlich ein öffnendes P-Tag. Dann kopieren wir diese Zeile kurzerhand und schreiben hier unten als allerletztes noch ein schließendes P-Tag. Wir speichern die Datei und laden die Seite hier drüben erneut im Browser neu. Jetzt gebe ich beispielsweise einmal 5 und 0 ein. Dann landen wir in dem ersten Ast hier oben. Es sollte also 1 ausgegeben werden. Das ist auch tatsächlich passiert. Und wir gucken uns noch einmal unser Dokument an und dann sehen wir, dass die 1 hier jetzt innerhalb von P-Tags steht. Wir haben also jetzt gültiges HTML produziert. Hätte ich wie eben 4 als Exponent eingegeben, würde natürlich 625 zwischen den P-Tags stehen. Korrekt ist das nun also schon einmal im Gegensatz zu der ersten Variante, die ich vorgestellt hatte. Jetzt können wir das Ganze aber noch ein bisschen hübscher machen. Wir könnten dem Benutzer ja auch mal anzeigen, was da gerade gerechnet wurde. Das könnten wir in eine separate Document-Write-Anweisung hineinschreiben. Wir können das aber auch kurzerhand hier hinten anhängen, indem wir an das P-Tag noch etwas hinten dran schreiben. Und da möchte ich nun gerne schreiben, Basis, Hochexponent. Dann schreibe ich hier hinein Basis. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir etwas hochstellen können. Da lernen wir wieder ein neues Tag kennen. Das heißt kurz Sub für Superscript, also hochgestellte Schrift. Der Exponent soll nun hochgestellt werden und dann beenden wir die hochgestellte Schrift mit dem schließenden Sub-Tag. Dahinter hätte ich dann gerne noch ein Gleichheitszeichen. Nun laden wir die Seite im Browser wieder neu, um uns das anzusehen. Wir rechnen wieder 5 hoch 4 und dann steht der Basis hoch Exponent gleich 625. So hatte ich mir das aber gar nicht vorgestellt, sondern wollte dort stehen haben, 5 hoch 4 ist gleich 625. Zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Datei erstellen, wissen wir aber ja noch gar nicht, was der Benutzer eingeben wird. Aber in dem Moment, in dem diese Anweisung ausgeführt wird, wissen wir natürlich, welche Werte der Benutzer eingegeben hat und die haben wir in den beiden Variablen Basis und Exponent gespeichert. Wir wollen hier also nicht das Wort Basis, also die Zeichenfolge BASIS ausgeben, sondern den Wert der Variablen Basis. Das machen wir, indem wir den Namen der Variablen außerhalb der Anführungszeichen schreiben. Und das machen wir mit dem Exponenten genauso. Aber so funktioniert das leider auch noch nicht, weil man diese Dinge hier nicht einfach hintereinander schreiben kann. Wir müssen die einzelnen Bestandteile, P, Basis, Sub, Exponent, Subgleich, hintereinander hängen. Dafür verwendet man das Pluszeichen. Die diversen Pluszeichen hängen jetzt alles das, was hier hintereinander steht, aneinander, also an das P-Tag, den Wert der Variablen Basis, dahinter dann das öffnende Subtag, dahinter dann den Wert der Variablen Exponent, dahinter dann das schließende Subtag mit dem Gleichheitszeichen. Jetzt wird nicht mehr das Wort Basis in unser Dokument geschrieben und auch nicht das Wort Exponent, sondern der Wert der Variablen Basis wird genommen, weil das eben nicht innerhalb von Anführungszeichen steht und für den Exponenten natürlich genauso. Wenn wir das speichern, hier drüben noch einmal erneut laden und wir rechnen wieder 5 hoch 4, dann steht da jetzt tatsächlich 5 hoch 4 ist gleich 625 und das ist genau das Ziel, was wir erreichen wollten. Kurz zusammengefasst, ganz wichtig ist, dass wir immer gültiges HTML erzeugen müssen. Das erreichen wir durch diese beiden Anweisungen, die wir hier jetzt nachträglich eingefügt haben. Und wir können hier in diese Document-Write-Anweisungen wieder HTML-Code schreiben, die wir wiederum mit Werten mischen können, die aus unserem Programm herkommen. So können wir nicht nur einfach einen statischen Text in unser Dokument schreiben, sondern Inhalte abhängig von dem hineinschreiben, was der Benutzer eingegeben hat. Denn es ist natürlich viel schöner, wenn der Benutzer beispielsweise seinen Namen eingibt. Wenn wir ihn in unserem Programm nach seinem Namen fragen, dann können wir ihn anschließend mit dem eingegebenen Namen begrüßen. Da werden wir auch noch sehen, wie man so etwas macht. Und es wäre ja dumm, wenn wir dann sagen würden, Hallo Name, sondern da möchte ich lieber mit Hallo Harald begrüßt werden. Was wir also jetzt gegenüber dem Zustand, den wir vorhin auf den Folien gesehen haben, geändert haben, ist, dass wir hier oben noch diese eine Anweisung eingefügt haben mit dem Document-Write und dieser Mischung von HTML-Code und Variablenwerten. Und am Ende noch dieses schließende P-Take, das wir einfügen mussten, damit wir gültigen HTML-Code haben. Damit haben wir jetzt das Beispiel des Potenzierens in JavaScript durch. Tatsächlich hätten wir uns die Arbeit gar nicht zu kompliziert machen müssen, weil man in JavaScript viel einfacher potenzieren kann. Aber ich wollte das gerne an dem Beispiel zeigen, dass wir uns bei der Registermaschine angesehen haben. Deshalb wollte ich uns dies als erstes Programmbeispiel vornehmen. Wir werden in den folgenden Videos noch viele weitere Beispiele sehen, mit denen wir uns mehr und mehr in JavaScript einarbeiten und kennenlernen, was es mit Variablen auf sich hat. Kennenlernen, was es mit den Ablaufstrukturen auf sich hat und auch diese ganzen Möglichkeiten für Eingabe und Ausgabe. Die werden wir im Laufe der Zeit immer weiter verfeinern, bis wir dann in einigen Wochen so weit sind, dass wir einen Webshop komplett erstellen können. Da kommt noch einiges auf uns zu. Wir werden damit noch einige Wochen verbringen und es wird noch ganz viele Videos dazu geben. Wichtig ist es hier dran zu bleiben und die Dinge so gut wie möglich zu verstehen. Denn alles, was wir in den kommenden Wochen machen werden, baut auf diesen Grundlagen auf. Ohne die verstanden zu haben, wird es von Video zu Video schwieriger, hier am Ball zu bleiben. Nutzt die Übungsaufgaben, die wir euch zur Verfügung stellen. Spielt auch einfach mit den Beispielen herum, die ich in den Videos zeige und probiert einfach einmal selber Dinge aus. Je mehr ihr praktisch ausprobiert, umso besser werdet ihr all dies verstehen. Tschüss, bis zum nächsten Video.